Also McLaren wieder komplett overpowered hier, ey. Besser als beide Red Bull? Nein. 2-6. Wer zum Teufel fährt in Österreich? Eine 2-6. Die erste Kurve im fünften Gang nehmen, kann man machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 4-8. Also in der 4-5er Zeit ist auf jeden Fall drin. Und go. Und zwar in der 4-5er Zeit. Und zwar in der 5-5er Zeit. Nee, die Zeit wird leider nix. Aber dennoch bin ich interessiert, was es gewesen wäre. Unter einer Runde. Benzin-Gemisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, vorerst gerettet. Das war eine knappe Geschichte. Das war eine knappe Geschichte, meine Damen und Herren. So, das Q1-Ergebnis sieht wie folgt aus. Pottas, Hamilton, Verstappen, Riccardo, Norris, Perez, Leclerc, Sainz, Vettel, Gasly, Stroll, Zanoda, Ocon, Alonso, Reykönnen und Schumacher sind eine Runde weiter. Ausgeschieden sind Giovinazzi, meine Wenigkeit, Marzefim, Russell, Sue und Latifi. Äh, naja, knapp war es nicht, wenn man guckt. Hier, 1, 4, 5, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 6. Hier, zwischen den beiden. 14.000. Scheiße. Scheiße. Dank, man! Musik Anthony Davidson joins me once again in the Commentary Box. Ant, es fantastisch zu haben wir hier mit uns heute. Aber ich bin etwas curiosos. As ein Mann mit Erfahrung aus dem Weg, wie Sie diese Übersprüfung von durchzürenen, wenn Sie auf die Gierteinart schlagen sind. But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into Turn 1. It's all a bit like going into battle. And the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Before we begin, let's take a quick look at the grid line-up for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position. And Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have... Norris, Verstappen, Daniel Ricciardo and Perez. Leclerc, Sainz, Vettel and Lance Stroll. Gasly, Tsunoda, Esteban Ocon and Fernando Alonso. Raikkonen, Mick Schumacher. Joker and Nikita Mazepin. Russell, Joe. Latifi and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. That's it then. It's time to go racing as we head to trackside for today's race. Freistaat. Der Start war zum Kotzen. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Weg da, Mazepin. Danke. So, Startposition hab ich wieder. Oh. Oh. Hey, warte mal. Giovinazzi hat ja noch ne Strafe gehabt. Okay, dann ist George auf meiner Startposition. Die hätt ich gern wieder. Oh, ich hatte schon böses Erwachen. Ich ging reiköhnen. Late Breaking. So. Jetzt hab ich meine Startposition wieder. Oh, Ocon hat sich gedreht. Was ist denn da passiert? Right. Okay. No. Okay. 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 Alter, was ist denn das für ein Körb hier, ey, Alter? Nee! Scheiße! Ich darf den... Ich darf diesen verdammten Körb nicht berühren. Scheiße! Ach, Mann, ey. Ich darf den Körb nicht berühren. Ich darf den Körb nicht berühren. Verdammt! Dieser Fehler ärgert mich. Also, die Community, haltet euch am besten von dem Körb fern. Böcher Körb. Meine Güte, was ist denn das, Alter? Scheiße! Ja, ich weiß. Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Boah, wie mich sowas ärgert, Alter. Die Curbs, ganz ehrlich, die sind ja brandgefährlich. Aber gut, was willst du machen? So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Lewis Hamilton takes the lead of the Drivers' Championship. Now, let's discuss, Ant, who would you say is a contender for Driver of the Day? Definitely Antonio Giovinazzi, isn't it? No matter what the rest of the field threw at him, he didn't put a foot wrong. Superb drive from him. It's time to check out the Constructors' standings. It was a tough race for our championship leaders who lose ground at the top of the table. Meanwhile, Ferrari have improved their position. A strong weekend from them as they fight their way towards the top. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again, as we continue to bring you the latest excitement in Formula 1. Boah, die labern ohne Punkt und Komma. Die ganze Zeit. Ja, Nils, gebe ich dir recht. Die sind echt zu extrem. So, liebe Freunde auf YouTube. Herr, was soll ich sagen? Ein Österreich-Grand Prix zum Vergessen. Ja, so könnte man das Ganze beschreiben. Aber egal. Gehen wir mal den ganzen Grand Prix durch. Hamilton, Bob Verstappen und Riccardo. Norris, Perez, Leclerc, Viertel, Sainz, Joel Zvenuda, Alonso, Reykönan, Ocon, Giovinazzi, Schumacher, Russell, Mazepin, Zou. Ausgeschieden. Ne, Quatsch. Latifi. Ausgeschieden sind Gastly. Bottas. Und meine Wenigkeit. Was ist denn mit Bottas passiert? Ereignisse. Alonso hat eine Verwarnung bekommen, weil er sein Teammate, mit seinem Teammate kollidiert ist. Aha, okay. Ja, liebe Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr solcher Karriere-Videos sehen wollt, egal ob allein in der MyTeam-Karriere oder mit Hunzel oder was auch immer, gerne auch ein Abo raushauen, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, bis dann und ciao.